Guten Abend, liebe YouTuber. So, der Laden ist zu, meine Mädels sind weg und ich habe jetzt noch Zeit, ein Video zu drehen. Und man kann vielleicht erkennen, mein Videothema steht schon bereit hinter mir, weil ich habe neue Windlichter bekommen. Da habe ich gedacht, ein Windlicht kann man nicht nur weihnachtlich machen. Da gibt es übrigens ein ganz tolles Video von mir, da mache ich gleich nochmal den Videolink. Ein weihnachtliches Windlicht, das war damals mit Lichterkette, die habe ich übrigens auch noch vorrätig und werden von einigen von euch schon fleißig bestellt, die Lichterketten mit Schnur. Aber heute gibt es ein herbstliches Windlicht, nach der Intro. Bleibt mal dran. So, für das Video ist natürlich schon alles vorbereitet, aber wie so oft nehme ich euch doch mal mit auf einen kleinen Ladenrundgang. Es gibt wieder interessante Sachen. Wir haben hier unseren Pfeffer. Was wir hier machen ist, wir trocknen den, weil die Beeren, die Pfefferbeeren, die bleiben immer total schön, bloß das Grün geht kaputt. Und weil wir die Beeren gern verwenden wollen, haben wir den mit einem Gummi aufgehängt, mit einem Drahthaken. Und das wird jetzt einfach schön getrocknet, weil der Pfeffer ist genial. Ja, dann gibt es wie immer schöne Kränze. Hier ist ein Hortensienkranz mit Äpfelchen. Dann haben wir, ach, dann muss ich mal auf die andere Seite gehen. So, mein Blumentisch habe ich gerade eben alles frisch gemacht, weil heute kam tatsächlich, heute sind wir wirklich überrannt worden. Und es gibt manche Tage, da denkt man, na, ist jemand da? Und heute war wieder totale Action. Und ich zeige euch einfach mal so unsere aktuellen Werke, so herbstliche Gestecke in einem Orangengefäß. Und was hier sehr, sehr schön ist, ist diese Nadelkissenprotea. Es ist eine Proteinart. Und von Proteinarten gibt es ja sehr schöne. Die gibt es auch in Gelb, gibt es in Orange wie in dem Gesteck. Und es gibt auch in Rot, ja, und es gibt, die meisten von euch kennen Protein wahrscheinlich nur in dieser Form. Das sind diese schönen Großen, die auch ganz toll halten. Aber wie gesagt, also das sind auch Nadelkissenprotein. Kommt es auch aus Südafrika, eine Kappflora. Ja, dann gibt es natürlich diese schönen herbstlichen Äpfelchen. Und wir haben wieder Eriken hübsch gemacht. Hier ist eine Erika, die haben wir dekoriert mit Kastanie, mit Eicheln. Auch Erika im Gefäß so schön mit Bändern umwickelt. Und hier auch mit Kastanien in einem Steintopf. Und die haben wir hier mit Äpfelchen und so richtig fruchtig dekoriert. Und es war einiges los heute. Es ist ja ein Hortensienkranz hier mit wildem Wein. Haben wir den gemacht. Der ist in Wirklichkeit viel grüner. Komisch, manchmal macht die Kamera verfälschtes Licht. Auf jeden Fall kann man diesen Kranz, auch wenn der trocknet, den kann man wunderbar ganz lange so liegen lassen. Weil der Beweis hier, den habe ich im Laden, dass sowas auch ganz toll aussieht und lange hält. Das ist ein Steineichekranz. Und den habe ich hier schon sehr lang hängen. Und der macht einen wunderbaren Charme da oben. Und das ist so eine schöne Raumdeko, die man dauerhaft nehmen kann. So, mir wurde gesagt, ich darf die Kamera nicht zu schnell schwenken. Okay, ich bemühe mich langsam zu sein. Ja, also hier sind schon schöne, ja, diese Sand. Nein, nein, wir sind hier eigentlich wie so ein mattes Grün. Ja, ein leichtes Olivgrün. Diese Kürbisse, die sind schon reserviert. Es gibt natürlich Streuße, die auch in bestimmten Farben gewünscht waren. Hortensien, die wir auch für Gestecke brauchen, die auch reserviert sind. Und hier ist meine kleine Schatzkammer. Hier habe ich wieder Hortensien für unsere Streuße, für unsere Arbeiten. Und wie man sieht, sind diese tollen Farbschattierungen. Das ist, ja, die sind wirklich ein, ich sage ja, es ist wirklich wie eine Schatzkiste. Ich liebe diese Kisten. Und weil sie so schön sind, gibt es da drunter nochmal eine. Ja, die haben wir jetzt erstmal so schön aufbewahrt. Und Blumensträuße des Tages gibt es natürlich auch immer. Sehr schön sind die Streuße, wenn mittig die Gladiolen so hoch sind. Das macht den Strauß mal, also mein Spruch ist immer, Höhe macht wertig. Und hier haben wir, war gewünscht, einen Rosenstrauß mit großköpfigen weißen Rosen. Das ist jetzt tatsächlich, also ich nehme mal meine Hand daneben, dass man das auch sehen kann. Seine Ecuador-Rose, die hat einen unfassbaren Kopf. Und diese Rose hat so einen großen Kopf und die hält auch ganz toll. Die ist hier mit Schleierkraut gebunden. Das wird morgen geliefert. Gut, ja, ich würde sagen, jetzt gehen wir aber mal zurück zur Werkbank. Weil, ach ja, und nee, wir gehen jetzt erstmal nochmal nach Unterfranken zum Thema Pfingstrosen. Weil es gibt noch, ja, es gibt Wissenswertes über Pfingstrosen. Ja, es gibt Wissenswertes über Pfingstrosen, was ich immer über diese Pflanzen, ist immer noch, dass ich da so viel Tolles erzählt bekommen habe. Und man denkt jetzt vielleicht, ah, wer denkt über Pfingstrosen nach, jetzt regnet es draußen, die Blätter fallen. Aber es ist tatsächlich so, dass die jetzt die beste Pflanzzeit ist. Und es gibt eine Sorte, das ist meine absolute Lieblingssorte, die, da hat der Versand von den Pflanzen noch nicht mal begonnen. Das fand ich auch ganz interessant. Und das ist die Sorte Command Performance. Die finde ich mega, mega toll. Da blende ich euch nochmal die Blüte ein. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ich glaube, zwei Teile habe ich noch von den Pfingstrosen. Und ich bin total glücklich, dass ich so viel Wissen bekommen durfte oder so viel Erklärung. Und mir war das auch früher nicht so bewusst. Ja, Herbstzeit ist Pflanzzeit. Und wer dann jetzt pflanzt, der ist natürlich im Frühjahr glücklich, wenn er sagt, oh cool, ich habe jetzt diese tolle Pflanze und die fängt jetzt an zu blühen. Und da zeige ich euch nochmal ein Foto auch von ein- und zweijährigen Pflanzen, also so die Babys von Unterfranken auf den Feldern. Ja, also kommt mal mit. Danach geht es zum Videothema. Hallo, liebe YouTuber. Es gibt wieder Wissenswertes von den Pfingstrosen vom Holzeckerhof. Und ich habe jetzt die Susanne Sauer ist neben mir und wir stehen hier an dem Feld. Und ich habe gerade gelahmt jetzt. Das sind zweijährige Pfingstrosen. Also so sehen die jetzt aus. Und die stehen hier komplett ohne Bewässerung. Ja, richtig. Genau, also die kriegen nur den Regen vom Jahr ab. In diesem Jahr ja leider nicht so viel. Das war jetzt schon ein bisschen. Wir haben uns ein bisschen Sorgen gemacht, aber sie haben es Gott sei Dank gut überstanden bisher. Ja, sie sehen toll aus. Guck mal, vor allem hier. Da ist so richtig tolles grünes Laub dran. Also Respekt, dass die das so schaffen. Das ist echt klasse. Ja, und wie ist es denn, wenn jetzt jemand bei euch diese Pfingstrosen bestellt? Kommen die dann so? Oder wie sieht dann so ein Paket aus mit den Pfingstrosen? Weil ich habe so was noch nie bestellt. Kannst du ja auch machen, diese. Aber gerne. Würde es freuen. Ja, also so sieht es dann nicht aus. Wir versenden tatsächlich nur die Witzel. Die Pflanze, so nennt man das. Das ist die Witzel, die wir jetzt hier nicht sehen können. Die ist unterhalb der Erde. Und da sieht man dann an dieser Wurzel, sieht man die Augen, sagen wir dazu, die Triebspitzen. Das haben wir in einem anderen Video gezeigt. Und da mache ich euch oben nochmal den Videolink dazu rein. Und da könnt ihr das nachgucken mit diesen Augen. Da haben wir nämlich die Wurzel ausgegraben, extra für euch. Und das ist ein guter Hinweis, dass man sich das vorstellen kann. Genau, also wir versenden tatsächlich nur diese Wurzel. Die verpacken wir mit Substrat, einfach in den Karton. Und versenden die dann. Und dann haben wir das eben, da haben wir auch ein Video, einen YouTube-Kanal bei uns, wo das erklärt wird, wie man die am besten dann in die Erde bringt, dass schöne Pflanzen daraus werden. Also im Herbst muss man unbedingt schöne Päonien pflanzen. Und ja, hier sehen wir eben so schön die Entwicklungsstadien, zweijährig, dreijährig. Also es dauert schon viele Jahre, bis die Pflanzen dann auch viele Stiele haben und viele Blüten bringen. Genau. Man muss nur Geduld haben, dann wird alles wirklich wunderschöne Pflanzen. Ja. Vielen Dank, tolle Infos. Dankeschön. Gerne. Mehr Infos im Webshop, da zeige ich euch den Link, blende ich euch dazu ein. So, ihr Lieber, ja, mein Videothema, ich habe es ja eingangs schon beschrieben, mein Videothema ist heute ein herbstliches Windlicht. Ich finde ja so Windlichter, ich habe dann immer überlegt, soll ich Windlichter für den Laden holen? Und ich bin da auch sehr, ja, sehr kritisch, wenn Windlichter mir nicht hübsch genug sind. Ich mag die nicht so 0815. Und das fand ich jetzt ganz süß, weil das so, das ist ein Metall, das ist auf Vintage gemacht, hat Holz. Und dann dachte ich so, ach, das kann man mal wieder nehmen. Und dazu habe ich auch Maxi-Teelichter geholt. Maxi-Teelichter. Warum? Ich mag nicht, dass die nur ein paar Stunden an sind. Und diese Maxi-Teelichter sind jetzt also diese ganz großen. Ja, die brennen 10 Stunden. Ich finde, das ist jetzt mal eine Brenndauer. Das lohnt sich und die kann man auch mal sehr gut, sehr gut einkaufen. Ja, und dann hat man auch gerade das Phänomen, wenn Besuch kommt und das Teelicht ist nach zwei Stunden schon aus. Und da habe ich keine Lust drauf, ehrlich gesagt. Ja, und dieses Windlicht fand ich jetzt sehr, sehr hübsch. Und dachte aber, ja, ein bisschen verschönern kann man das ja noch. Und dann kam mir so eine nette Idee. Ja, ich habe natürlich gleich fast, na ja, ich habe gleich mehrere gekauft, natürlich. Nicht nur eins, weil das ist mir ja ein bisschen wenig. So, und damit ich dieses Windlicht schöner machen kann, habe ich mir eine schöne rote Erika geholt. Ja, hier zeige ich es mal. Dieses kräftige dunkle Rot, dann einen, dazu passend, einen schönen Basteldraht. Ja, diesen, auch aber in diesen Pink oder Kirschrot. Ja, also nicht das normale Rot auf jeden Fall. Und weil ich natürlich das passende dazu wollte, habe ich ein passendes rotes Bändchen. Meine Idee ist, ich möchte ein, ja, ich möchte ein Herz machen. Und ich brauche, wie so oft, ich brauche Draht. Ja, ich brauche nicht nur den Basteldraht, sondern, man kann man alternativ übrigens auch dieses Rosé nehmen, ist auch sehr schön, sondern ich brauche natürlich auch Aludraht. Und mein Gedanke ist, ich möchte ein Herz, also an mein Windlicht hier, ein Herz dranhängen, ja, mit einem Bändchen und möchte es hier so runterhängen lassen, dass das seitlich so hängt, als Deko für mein Windlicht. Dazu überlege ich mir erst, wie groß soll denn mein Herz überhaupt werden. und da kann ich mir das ja mal so formen und kann sagen, so könnte ich mir das vorstellen, ja, in etwa. Und das ist jetzt also mein Herz, ich halte immer mal ein bisschen in die Kamera, so, und das ist jetzt also etwa so hoch, dass ich so hoch wie meine Hand etwa, und das könnte man ja schön hier so seitlich hängen lassen. Ja, ich glaube, das ist gar nicht schlecht. Jetzt nehme ich mal eine Drahtschere, so, nehme meine Drahtschere und zwick das Ganze mal. Und dann kommt eigentlich ein bisschen Fleißarbeit. Jetzt habe ich ja mal überlegt, wie das sein soll. Ich mache den Draht, ich mache den gerade zum Wickeln. Ich kann natürlich auch in Herzform wickeln. Wer sich mehr Arbeit machen will, der kann das gerne in Herzform machen. Ich mache, ich nehme den Draht gerade und jetzt schneide ich mir, jetzt muss ich leider diese schöne Erika opfern, aber man muss halt auch Opfer bringen für eine schöne Deko. Schneide einfach die Erika ab, ja, mit meiner Gartenschere und wickel mal. Ich nehme den, ich nehme diesen schönen, diesen, diesen zartrosa, wickel Basteldraht, ja, wir nennen ihn eigentlich Myrtendraht, aber er ist auch verkäuflich als Basteldraht und deswegen nenne ich ihn jetzt einfach Basteldraht. So, dann lege ich die, lege ich die Erika an mein Draht an und an den Aludraht. Der Aludraht, genau, das muss ich ja auch noch erzählen, der Aludraht ist ein 2 mm Aludraht und lege die Erika an und wickel schon relativ eng, ja, weil man muss schon viele Umdrehungen machen, sehr eng, weil der Grund ist natürlich, je enger ich wickel, manchmal kann ich auch noch ein Stück zurückgehen, je enger ich wickel, desto weniger, ja, streuselt die Erika dann, weil ihr kennt das ja wahrscheinlich, wenn die Erika keine Wasser mehr hat, dann fängt die an zu streuseln. Das ist immer ein bisschen blöd, aber nachher gibt es noch einen Trick, wie ich das verhindern kann. Das erfahren aber nur die, die bis zum Schluss gucken und es gibt so viele, die auch sagen, das finde ich immer total süß von euch, die sagen, es lohnt sich immer, deine Videos bis zum Schluss zu gucken. Das freut mich total, das freut mich mega. Ja, und es gibt ja immer so kleine Tipps und Tricks dazu von mir. So, und jetzt versuche ich erstmal, das Ganze zu bändigen und mache ein bisschen Fleißarbeit und damit das für euch natürlich nicht so langweilig ist, mache ich gleich eine schöne Überblendung und dann kommt gleich das fertige Produkt. So, hier sieht man jetzt also so schön, wie das, ne, da hinten, das muss ich noch abschneiden. Hier sieht es schön aus, hier, das sieht super aus, ja, das andere muss noch ein bisschen bearbeitet werden. Also man sieht, ich muss dann auch immer ein bisschen korrigieren, oder eben sauber wickeln und es geht halt auch nicht so, dass ich so schnell, schnell im Video immer das mache. das ist jetzt also hier mein, äh, meine Wicklung schon mal. Ich kann jetzt noch ein paar Stückchen, die hier abstehen, die schneide ich natürlich raus. So, und dann gucke ich mal, wo die Mitte ist. Krax, ja, es krax ein bisschen. Ich gucke mal, wo die Mitte ist. Ich biege jetzt meine Erika, oder mein, ja, mein Herz, biege das mal zurecht. Und, so, muss natürlich eine schöne Form sich aussinnen. und jetzt kann ich mein Herz auch hier unten zusammenwickeln. so, also, wie, wie, hier ist ja natürlich auch wieder klar, ohne Draht geht natürlich gar nichts, ja, entweder du nimmst, wenn du so einen grünen Steckdraht hast, dann würde ich da, ähm, mit einem Tesafilm zum Beispiel, ähm, drei, ja, ruhig drei, vier Drähte zusammenkleben. Äh, das ist eine Variante, was ich immer ganz süß finde, ist, wenn so ein Herz so einen kleinen Auslauf hat. Ja, das finde ich goldig, gefällt mir sehr gut. So, und, dann nehme ich, nehme ich nochmal ein paar schöne Stücke, die lege ich mir noch so zurecht, und die wickle ich nochmal unten dran, damit es so ein schönes Ende hat, weil ich finde, es ist so, ja, also mir, mir gefällt es sehr gut. Ich bin, finde es auch immer ganz wichtig, dass ein Herz, wenn ich ein Herz arbeite, dass ein Herz ein schönes Dekolleté hat, und ich finde es, ich finde es auch ganz süß, wenn es einen Auslauf hat, und nur so als Idee, gestalterische Idee, was man natürlich auch sehr schön machen kann, ist, ähm, ein Stück Aludraht nochmal in diesen Auslauf rein, und den kann man dann so ein bisschen, so ein bisschen biegen, ja, so, so, so geschlängelt, laufen lassen, das ist auch sehr, sehr, sehr süß, ähm, habe ich auch schon oft gemacht, mit Grasarbeiten zum Beispiel, so, aber ich würde sagen, jetzt mache ich mein Draht wieder zu, das heißt, ich nehme den Draht, ähm, ich lege den Finger hin, und, äh, gehe in die Richtung, aus der ich komme, nochmal zurück, habe dadurch eine Schlaufe, und kann mit der anderen Seite, habe jetzt also zwei Enden, ja, man zieht leider den Draht relativ schlecht, weil er so fein ist, und habe dann zwei Enden, und kann die einfach miteinander verdrehen, und dann ist der Draht auch schon fest, ja, und dann, was immer wichtig ist, den Basteldraht, ähm, immer, 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 in der Rolle fixieren, hier sieht man, wie ich ihn seitlich fixiert habe, weil in der Spule so eine kleine Rille, und wenn man den nicht fixiert, und er springt dann auf, dann, äh, kann ich euch zumindest sagen, das ist ziemlich, ziemlich ärgerlich, ja, das ist echt doof, so, das Gleiche, ähm, das ist jetzt das Herz, mit Erika, das finde ich auch, einen schönen Farbklecks, an dem Windlicht, und das Gleiche kann man natürlich auch machen, mit Moos, das heißt, man nimmt einfach den, auch wieder den Anudraht, nimmt Moos, wickelt das sehr, sehr eng, also, und da kann man auch sehr schön, ach, da könnte ich euch nochmal so eine Idee zeigen, mit so einem kleinen, ja, wie in so einem Kränzchen, oder wollt ihr sowas sehen, ich frage ja immer mal, und schickt doch mal in die Kommentare, ob ihr gern, ob ihr gern mit Moos eine Dekoidee sehen wollt, ähm, ob euch das interessiert, weil ein Windlicht, kann man natürlich nicht nur mit Erika dekorieren, sondern auch mit Moos, das geht ja wunderbar, ja, und Bändchen, finde ich immer sehr schön, wenn es zweierlei Bänder sind, das, ich liebe das, und man, also, man kann jetzt auch schon beobachten, dass selbst vom Arbeiten, dass auf meinem Tisch unheimlich viel von der Erika, ja, dass man also diese Blüten von der Erika hier, die habe ich alle schon auf meinem Tisch, ja, und das, und jetzt kommt nämlich der Clou, wie ich vermeiden kann, dass dieses Herz, oder dass diese Erika so streuselt, ich nehme Sprühkleber, und gehe einfach mit Sprühkleber nochmal über das Herz drüber, und, ähm, damit versiege ich quasi die Oberfläche, und kann, so, es stinkt ein bisschen, ich würde, wenn ihr empfindlich seid mit Geruch, dann geht lieber raus, um das zu machen, aber mit dem Sprühkleber, verhindert ihr natürlich, dass diese Erika anfängt zu rieseln, und das ist, das ist dann echt genial, so, es ist jetzt ein bisschen klebrig im Augenblick, ähm, man kann auch noch ein paar Minuten warten, dann ist der Sprühkleber trocken, und dann lässt sich das natürlich, ähm, leichter, ja, leichter dekorieren, oder leichter gestalten. So, ich gehe jetzt her, mache das Bändchen, um mein, ja, an mein Herz, natürlich, damit das Herz gerade hängt, muss das Bändchen, genau in die Mitte rein, ja, so, ich nehme mein Windlicht, und, gehe einfach an, an den Griff, oder ich mache es oben dran, und biege das nochmal ein bisschen zurecht, dass es da entlang ist, so, und, ich habe jetzt mein Windlicht, ganz süß, herbstlich gestaltet, mit ganz einfachen Mitteln, was man natürlich noch machen kann, ist ein paar farbige Steinchen, äh, unten reinlegen, oder man nimmt einfach ein, äh, ja, ein, ein roten, bordeaux-rotes, oder rosé-farbenes Teelicht, kann man reinmachen, dann hat man auch diese Farbwiederholung, und mit, äh, Bändchen, hier nochmal ein bisschen, Bändchen nochmal runterlaufen lassen, ist immer schön, ja, es ist, äh, immer eine tolle Variante, mache ich jetzt nochmal mit zweien, weil es bringt so eine, es bringt so eine Leichtigkeit, ich finde, das ist immer toll, ich liebe, ich liebe so farblich, farbig passende Bänder, ähm, liebe ich, und finde ich immer, immer lässig, immer schön, ja, das war jetzt meine Deko-Idee zum herbstlichen Windlicht, ich habe eine Erika gebraucht, die ist jetzt komplett abgeschnitten, und, äh, aber das war mir jetzt dieses Herz, das war es mir auch wert, und ich bin gespannt, was ihr sagt zu der Deko-Idee, und es wäre ja eigentlich eine süße Geschenk-Idee, die auch tatsächlich bestimmt von Herzen kommt, ich freue mich, dass ihr dabei wart in meinem Video, vielen Dank fürs Gucken, und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen und sage einfach bis zum nächsten Mal, alles Liebe von eurem Margit, Tschüss! 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 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020